Du dir, oder? Manchmal, wenn wir so viel Freude haben, dass wir hier ein bisschen, ach, haben so viel Energie und wir freuen uns schon, alle Lachen, was ist das? Oder wenn die Pferde das nicht akzeptieren können, dann warum steigst du auf? Es gibt so viele Pferden, dass die Menschen sagen. Hauf dir hinter den Rücken, lächel dir in die Hand, komm hier, Pony, 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 Pony. Habe ich dich! Und dann muss ganz langs, easy, 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 sauf drauf. Und ganz lang, jetzt, ich kann nicht reden, war ein Springreiter in Österreich, ich war vorher in Österreich gewohnt, ein Springreiter in Österreich, ich vergesse, wie er heißt, der hat mich fair angeritten. Ich habe ihn gefragt, wie machst du das dann in der Springwelt, oder? Das hat mich interessiert. Er sagt, ja, ja, muss man nur schauen, dass die ein bisschen longieren kann mit dem Sattel und sowas, dass die Pferde zumindest bewegen kann mit dem Sattel am Boden. Ich habe gesagt, super. Und dann hat er gesagt, langsam da oben glätten, denn festhalten wie ein Katze! Und ich habe gefragt, wie geht das dann? Genau. Festhalten wie ein Katze! Pony! Pony!